Mit der aktuellen SUV-Beileite ist Hyundai ganz vorne und trotzdem war es fast ein bisschen überraschend, dass man mit dem Tucson noch einmal so einen Anschlag am Markt realisieren konnte, der nicht nur optisch, sondern auch technisch unheimlich gefällig ist. Der neue Tucson ist richtig ein Quantensprung für die Marke Hyundai und symbolisiert sozusagen auf die beste Art und Weise, was ist Modern Premium und wie interpretiert Hyundai dieses neue Denken und das bezieht sich nicht nur auf das Außendesign, sondern das geht auf ganz besondere Weise auch auf die Technik über und vor allem auch auf einen Riesensprung vorwärts in Bezug auf die Assistenzsysteme.